Und hallo YouTuber, willkommen zu Folge 99 der Germanischen Mythologie. Und nachdem wir uns in der letzten Folge kleinere germanische Götter aus dem nordischen Bereich angesehen haben, geht es in diesem Video um die kleineren Götter aus dem restlichen germanischen Raum, aus dem südgermanischen Bereich und aus England. Anders als im nordgermanischen Bereich, wo uns die Namen und auch einige Details zu kleineren Göttern oft in literarischen Quellen, in den Eddas und Sagas überliefert sind, ist das im restlichen germanischen Raum viel seltener der Fall. Nur sehr selten sind uns kleinere Götter hier literarisch überliefert, sondern viel eher durch Inschriften und Artefakte oder auch durch einige Quellen von äußeren Atoren wie Römern oder Griechen. So sind uns aus dem restlichen germanischen Raum kleinere Götter oftmals nur durch ihren bloßen Namen überliefert und das bedeutet, dass wir oft nur sehr wenig über diese Figuren sagen können. Zum Teil kann man sogar nur basierend auf der Bedeutung des Namens Vermutungen anstellen, was die Rolle einer Gottheit gewesen sein könnte. Aber auch wenn es zu den meisten dieser Göttern so nur wenig zu sagen gibt, ist es dennoch sehr interessant, sich manche dieser Namen anzusehen und woher diese stammen und wo diese Götter verehrt wurden. Eine ganze Reihe dieser Namen können aber auch für bekannte, größere Götter stehen und vor allem aus der Antike, sowohl in Inschriften wie auch in Texten, tauchen römische und romanisierte Namen für bekannte germanische Götter auf. Thor wurde so oft der germanische Herkules genannt, z.B. Herkules Magnusanus, der mächtige Herkules. Odin wurde mit Merkur gleichgesetzt und für Tyristens z.B. der Name Mars Tingsus, der Mars des Ting bekannt. Solche lateinischen und romanisierten Namen für germanische Götter werden als Interpretatio Romana bezeichnet und anhand von äußeren Eigenschaften und Attributen wurden germanische Götter mit römischen Namen benannt. Dies geschah aber nicht nur durch römische Autoren, sondern auch Germanen, die im römischen Grenzgebiet lebten und die lateinische Sprache oft übernahmen, nutzten diese Interpretatio Romana, um ihre eigenen Götter zu benennen. Auch viele der Namen der kleineren Götter, vor allem aus der Antike, begegnen uns eben auf diese Weise. Viele werden uns durch Inschriften überliefert, die von Germanen auf römische Art und auf Latein gemacht wurden. Unter den männlichen kleinen Göttern findet sich so z.B. der Gott Fano. Bereits bei diesem zeigt sich schön, wie wenig wir oft über solche Figuren wissen. Der Name Deo Fano wurde so auf einem Altarfragment in Köln gefunden und stammt vermutlich aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Ursprünglich war das Bruchstück vermutlich aus Xanten, und mehr wissen wir auch schon nicht mehr über Deo Fano. Der Name könnte möglicherweise mit dem Heruler-Fürsten Phaniteus verwandt sein und zum althochdeutschen Phana für Tuch oder Phane gehören. Ob es sich damit bei Phano um ein Stammes- oder Familiengott der Heruler handelt, ist aber schwierig bis unmöglich zu sagen. Der nächste Gott ist dann aus der Literatur durch einen späteren mittelalterlichen Text bekannt. Der Gott Irmin wird nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar in der Res Geste Saxoniker des Mönchs Widokind von Korvey aus dem Jahr 967. Dieser beschreibt in seinem Werk unter anderem die Ereignisse des Krieges von Karl dem Großen gegen die Sachsen. Der König soll bei seinen Eroberungen die Irminsul, die Welten-Säule der Sachsen zerstört haben. Davon berichten auch fränkische Anahlen und laut Widokind soll diese Säule einem Gott namens Hirmin oder Irmin geweiht gewesen sein. Diesen setzte der Mönch mit dem ihm besser bekannten Hermes oder Mars gleich, und in der elternen Forschung wurde Irmin da oft auch als eine Version von Thür gesehen. Aber auch andere Thesen gibt es für Irmin. Also ein eigener Gott wird dann z.B. ein Stammvater der Hermionen, die bei Tazide schon erwähnt wurden. Am Ende aber ist der Name Irminsul und diese eine Erwähnung bei Widokind unser einziger Hinweis auf Irmin. Und so bleibt es am Ende nicht nur unklar, was die Identität dieses Gottes war, sondern auch grundsätzlich, ob es ihn wirklich gab. Ein Gegenargument ist vor allem, weil Irminsul weniger als Säule von Irmin, sondern viel besser als gewaltige Säule zu übersetzen wäre. Aus einer weiteren Weihinschrift aus Blatzheim in Kermpen ist dann der Name Requali Vahanus zu finden. Die Inschrift wurde irgendwann im 2. bis 4. Jahrhundert gemacht und stammt recht sicher vom Stamm der Ubier. Aus dem romanisierten Namen könnte man vermuten, dass dieser Gott zum germanischen Wort Revas gehören könnte, was Finsternis bedeutet. Damit könnte es sich bei Requali Vahanus um einen Unterweltgott der Ubier handeln. Zugleich aber geht aus der Inschrift auch hervor, dass diesem Gott Früchte geweiht wurden und ob und wie dies zu einem Unterweltgott passen soll, bleibt unklar. Vielleicht könnte dies auch bedeuten, dass es sich bei Requali Vahanus um einen Erdgott und Fruchtbarkeitsgott handelt. Eine Gottheit, die uns besonders häufig und gut belegt ist, bei dem es sich aber auch gut um eine bekannte Gottheit handeln könnte, ist dann der Gott Sachsnot oder auch Sachsnerd im Altenglischen genannt. Dieser Gott taucht sowohl bei den Sachsen, wie auch bei den Angelsachsen in England auf. Eine besonders bedeutende Nennung hat dieser Gott so im sächsischen Taufgelöbnis aus dem 9. Jahrhundert. Darin heißt es wörtlich, ich widersage allen Werken und Worten des Teufels, Thor, Wodan und Sachsnot und allen Unholden, die ihre Gefährten sind. Mit diesem Gelöbnis sollte der Teufling den alten Göttern, die hier bereits in eine Reihe mit dem Teufel gestellt werden und dem alten Glauben abschwören. Und eine der drei Götter, die hier genannt werden, ist neben Thor und Odin auch Sachsnot. Dieser Name taucht nun bei weitem nicht so oft auf wie Thor, Wodan oder Odin. Die Nennung zusammen mit Thor und Odin zeigt aber durchaus, dass Sachsnot eine wichtige Figur gewesen sein muss und die Tatsache, dass er in so einer Abschwörungsformel des Taufgelöbnisses erscheint, zeichnet ihn ebenso als eine reale Figur des germanischen Glaubens aus. Darüber hinaus taucht sein Name sonst nur in den Stammbäumen der angelsächsischen Königshäuser von Essex auf. Damit steht Sachsnot bei den Angelsachsen in der Rolle eines Stammvaters, auch wenn später bei vielen dieser Ahnentafeln Odin noch als sein Vorgänger hinzugefügt wurde. Seinen Namen kann man dabei entweder als Freund der Sachsen oder auch als Schwertfreund übersetzen und allgemein wird Sachsnot als der Stammvater und Stammesgott der Sachsen interpretiert. Wegen seiner Nennung zusammen mit Odin und Thor gibt es aber auch die Ansicht, dass Sachsnot eigentlich nur ein anderer Name für Thür wäre, der ja vor allem in der Antike im südgermanischen Raum bereits bei Tacitus mit Odin und Thor zusammen als ein großes Trio von Göttern der Germanen genannt wurde. Alternativ wird auch der Gott Frey als Figur hinter dem Namen Sachsnot vermutet, doch am Ende bleibt es offen, ob man wirklich Sachsnot als einen bekannten Gott interpretieren kann. So könnte es ebenso gut sein, dass Sachsnot sein eigener Gott der Sachsen war und unter diesen und bei den Angelsachsen als großer Stammesgott und Ahnherr eine große Rolle hatte. Ein weiterer göttlicher Ahne der Angelsachsen ist dann auch noch der Gott Geat. Auch dieser ist in den Stammestafeln der Königshäuser zu finden. Natürlich ist es bei vielen der mythischen Ahnherren oft schwierig zwischen Helden und Göttern zu unterscheiden, aber der Gott Geat wird ausdrücklich in diesen als ein Gott bezeichnet oder auch als Sohn eines Gottes. Geat könnte darüber hinaus auch noch dem gotischen Gott Gott entsprechen, der durch den Geschichtsschreiber Jordanes erwähnt wurde. Allgemein als Figur scheint Geat, Odin recht nahe zu stehen und diesem sehr ähnlich zu sein. Und während bei manchen Erwähnungen es sogar so scheint, als wäre Geat mit Odin identisch, ist es doch recht wahrscheinlich, dass er eine eigene Figur war, die sich nur stark mit Odin überlappte und von manchen Germanen als zu Odin gleich gesehen wurde, während andere Geat als seinen eigenen Gott sahen. Ähnlich zum nordischen Bereich finden sich dann noch im restlichen germanischen Raum unter den kleineren Gottheiten vor allem weibliche Figuren und Göttinnen. Aus Inschriften, Weihungen und kleineren Erwähnungen in der Literatur sind uns eine große Vielzahl von Göttinnen bekannt. Einer der größten und am besten belegten Kulte der Germanen in der Artike, durch den uns viele Göttinnen überliefert wurden, war so der Matronenkult. Im Rahmen dieses Kultes wurde vom ersten bis ins dritte Jahrhundert für ein Trio von Göttinnen, den sogenannten Matronen, viele Weihesteine aufgestellt. Dieser Kult wurde durch die Germanen von den Römern übernommen und findet sich daher zentral im römischen Grenzgebiet. Besonders entlang des Rheins finden sich so sehr viele solche Weihesteine, aber ebenso wie die Germanen übernahmen auch die Kelten in Gallien diesen Kult. Das Trio der Matronen trägt aber auf vielen Inschriften verschiedene Namen und scheint lokal aus verschiedenen Göttinnen bestanden zu haben. Viele der Namen deuten dabei auch auf verschiedene Funktionen der Matronen in ihre Rolle als Muttergöttinnen hin. Insgesamt wurden uns mehr als 100 solche Matronennamen überliefert und so können wir natürlich in einem Video nicht alle davon, sondern nur eine Handvoll betrachten. Die vielen Namen lassen sich dabei aber in Gruppen zusammenfassen, die die verschiedenen Funktionen und Aspekte der Muttergöttinnen aufzeigen. So zum Beispiel der Matronenname der Audrinähe, was so viel wie die göttlichen Beistandverleihenden bedeutet und deren Namen sich auf sieben Inschriften in Köln findet. Oder auch die Matronen der Etrainähe, was vermutlich mit dem althochdeutschen Wort etar für Zaun verwandt ist und sich auf zwei Inschriften ebenfalls aus der Region von Köln findet. Die gebende Funktion der Matronen findet sich dann in Namen wie Allagabie, was die Allgebende bedeutet und sich in einer Inschrift aus dem vierten Jahrhundert bei Solingen findet. Der Matronenname Aufanie bedeutet so viel wie die freigiebigen Ahnenmütter und diese Matronen finden sich auf insgesamt 90 Weihesteinen und gehören damit zu den häufigsten Matronen überhaupt. Die meisten dieser Inschriften finden sich aber bei Bonn und in Nettersheim. Aber auch lokale und Stammesgottheiten finden sich unter den Matronen. So zum Beispiel die Matris Suebis, die Mütter der Sueben, für die zwei Inschriften in Köln und eine in Deutz bekannt sind und die dort im dritten Jahrhundert vom Stamm der Sueben gemacht worden waren. Der Name Nersi Hene wurde für die Matronen des Flusses Niers verwendet und der Name Rana Hene für die Matronen des Rheins, womit auch Flüsse wie der Rhein personifiziert wurden und durch Matronen dargestellt wurden. Und es finden sich noch zahlreiche weitere Matronennamen für Orte und Flüsse, manche für eine Rolle der Schicksalsgöttinnen und wieder andere mit der Funktion von Familiengöttern. Entlang des Rheins finden sich so zahlreiche Weihsteine, die von Germanen auf römische Art aufgestellt wurden. Nicht alle Göttinnen aber, die sich auf solchen Inschriften finden, sind zwingend Matronen oder zumindest nicht eindeutig als solche zu erkennen. Die Mehrheit der Göttinnen, die uns aber als Antike für die Germanen überliefert sind, gehören zum Matronenkult, der durch die Weihsteine und Inschriften, die die Zeit gut überdauern konnten, uns so gut belegt ist wie kaum ein antiker Kult der Germanen. Aber es gibt dennoch auch eine ganze Reihe von weiteren kleinen Göttinnen, die es wert sind, erwähnt zu werden. Die Göttin Alataivia findet sich in einer Inschrift in Xanten und diese Inschrift lautet der Alataivia auf ihren eigenen Befehl hin vom Arzt Divos. Die Verbindung zu einem Arzt könnte diese Göttin als eine Heilungsgöttin auszeichnen, der Name aber bedeutet eigentlich die Allgöttliche und damit könnte die Beziehung zu einem Arzt auch nur zufällig sein. In Maastricht findet sich in einer Inschrift der Name Gameleda, bei der aber unklar ist, ob es sich tatsächlich um eine Göttin handeln soll und ob deren Name möglicherweise mit dem germanischen Wort für alt verwandt sein könnte. Der Name der Göttin Hæva findet sich in einer Inschrift in Geldern, die neben ihr auch dem Gott Thor gewidmet war. Ihr Name könnte zum germanischen Wort Hivan für heiraten gehören und auch die weitere Inschrift deutet auf Hæva als eine Schutzgöttin der Familie hin. Dies würde auch ganz gut zu Thor passen, dessen Hammer ja bekanntermaßen unter anderem auch für die Weihung von Ehen verwendet werden konnte. Die Göttin Haryasa findet sich dann auf einem Weihstein aus dem zweiten Jahrhundert aus Köln und ist vermutlich mit dem altnordischen Walküren-Namen Herja verwandt, was Haryasa als eine Kriegsgöttin auszeichnen würde. Weitern aus Köln ist ein Weihstein mit der Göttin Helivesa bekannt, die vielleicht eine lokale Flussgöttin war. Und die Göttin Hölundana findet sich wiederum auf Inschriften in Friesland und vom Niederrhein. Ihr Name ist bisher schwer zu deuten. Ein Versuch ist es aber, sie mit Frau Holle zu identifizieren oder auch ihren Namen zum althochdeutschen Helan für Verbergen zu stellen und sie damit als eine Unterweltgöttin oder eine Erdgöttin zu interpretieren. Eine besonders interessante Göttin ist dann auch Nehalenja. Sie taucht auf relativ vielen Inschriften aus dem dritten Jahrhundert auf und war eine Göttin, die vor allem in Gebieten der heutigen Niederlande verehrt wurde. Zwei Inschriften finden sich aber auch bis nach Köln und sie war wohl eine recht weithin bekannte Göttin. Sie wird üblicherweise auf ihren Weihsteinen mit Fruchtkörben, einem Hund und einem Schiff dargestellt und ihr Name könnte entweder die, die am Meer ist bedeuten oder auch die, die im Nebel verschwindet. Und auch wenn sich bei Nehalenja wie so oft die Interpretation als schwierig gestaltet, vermute man bei ihr entweder eine Totengöttin oder eine Göttin der Schifffahrt. Vielleicht aber auch beides. In einer antiken Inschrift, die dann ebenfalls aus den Niederlanden stammt, findet sich auch die Göttin Sandraugina. Ihr Name könnte vielleicht so viel wie die Wahrhaft Reiche bedeuten, wobei aber weitere Interpretationen und eine genaue Übersetzung des Namens unklar sind. Und gänzlich unklar ist dann sogar die Bedeutung der Göttin Sibulka, die sich auf einem Weihstein bei Bonn findet. Wiederum klarer seine Stammesgöttin zu erkennen ist die Göttin Sunuxal, die sich auf 10 Inschriften vom Niederrhein findet. Sie ist vermutlich die Stammesgöttin des bei Tazitus bereits erwähnten Stammes, der Sunuki. Und eine weitere germanische Kriegsgöttin findet sich mit der Göttin Vihansa, deren Name sich auf einer Inschrift auf einer kleinen Bronzetafel aus Belgien findet und vermutlich zum germanischen Wort Vihahn für Kämpfen gehört. Dadurch, dass uns all diese Namen aber in latinisierter Form begegnen, ist nicht bei allen Göttinnen klar, ob es sich wirklich um germanische Götter handeln soll. Bei einigen Inschriften kann man so nicht klar sagen, ob es sich um eine germanische oder eine keltische Lokalgottheit handeln soll. So zum Beispiel bei den Göttinnen Koba, Verkana oder Viradektis, die sich jeweils auf Inschriften von verschiedenen Weihsteinen am Rhein finden. Ihre Namen lassen sich schlecht auf einen germanischen Namen oder ein germanisches Wort zurückführen und so bleibt unglaublich, ob diese Figuren germanischen Ursprungs waren oder nicht. Aber auch aus dem südgermanischen Raum sind nicht alle Göttinnen nur aus Inschriften, sondern auch aus der Literatur bekannt. Besonders bei Tarsidus werden uns noch einige Göttinnen beschrieben. So zum Beispiel die Göttin Baduhenna, von der der Römer schreibt, dass sie ein heiliger Hain in Friesland geweiht gewesen wäre. Ihr Name gehört vermutlich zum germanischen Wort Badwar, was für Kampf steht und Baduhenna wäre damit vermutlich eine weitere Kriegsgöttin gewesen. Tarsidus ist dabei aber die einzige Quelle, die Baduhenna jemals erwähnt. Und so bleibt ein weiteres Mal unklar, ob es Baduhenna wirklich gab oder ob sie nur ein anderer Name für eine bekannte Gottheit war. Des Weiteren wird die Göttin Tamphana von Tarsidus beschrieben. Hier erzählt er uns, dass die Römer im Jahr 4 beim Stamm der Marsen, die zwischen der Ruhr und der Lippe siedelten, einen Tempel der Tamphana zerstörten, während die Germanen dort den Fest feierten. Aufgrund der Datumsangaben, die uns Tarsidus für diesen Angriff gibt, könnte man vermuten, dass es sich um ein Herbstfest gehandelt hat und der Kult der Tamphana könnte damit mit dem Matronenkult oder mit dem Kult der Diesen verwandt sein, die ja auch bei den Nordgewahren später noch im Herbst ein Opferfest hatten. Und schließlich ist da noch bei Tarsidus die Isis der Sueben, die eine besonders mysteriöse Göttin bei Tarsidus darstellt. Die Bezeichnung als Isis ist natürlich eine römische Interpretation und Tarsidus sah die germanische Göttin als ähnlich zur ägyptischen Göttin Isis, die im römischen Reich gut bekannt war. Das Zeichen dieser Göttin soll ein Schiff gewesen sein und es wird diskutiert, ob sich hinter der Isis der Sueben eine bekannte Göttin verbirgt oder nicht. Vermutet werden so wegen des Schiffes Figuren wie Nehalenja oder Nertus. Klar und gesichert ist aber keine dieser Erklärungen und am Ende wissen wir nicht, welche Göttin die Isis der Sueben war. Und schließlich finden sich dann noch eine ganze Reihe von Göttinnen bei den Angelsachsen in England. Viele davon aus Nordengland vom Hadrianswall, wie zum Beispiel die Göttinnen Baudihilla und Friagabis. Baudihilla könnte vielleicht als die Kampfgebietende übersetzt werden, womit sie eine weitere Kriegsgöttin darstellt, doch diese Übersetzung gilt als kritisch und ist nicht ganz klar. Friagabis dagegen bedeutet so viel wie die freundlich Spendende und sie ist recht eindeutig eine gebende Muttergöttin. Aus der gleichen Region stammen dann auch die Göttinnen Beda und Femilene. Ihre Inschriften entstanden um das Jahr 150 und sie wurden zusammen mit Mars Tingsus genannt, was ein anderer Name für Tür darstellt. Aus diesem Grund werden auch Beda und Femilene als Göttinnen des Ting interpretiert. Die Inschriften stammten zudem vermutlich von den Friesen, die als Teil der römischen Legion am Hadrianswall dienten. Weitere germanische Göttinnen, die sich im Bereich von Nordengland finden, sind dann die Göttinnen Garmagabis, was so viel wie die reichlich Spendende bedeutet, oder auch Harimella, was vielleicht eine weitere Kriegsgöttin war. Und schließlich sind dann noch die Göttinnen Rika Cambeda, was vermutlich die starke Gebieterin bedeutet, und noch die Göttin Vagta Verkustis, deren Name sich auf sieben Motivsteinen findet. Einige davon am Hadrianswall in England, andere aber auch am Rhein und vermutlich war auch sie eine weitere germanische Kriegsgöttin. Und darüber hinaus finden sich schließlich auch noch für die Angelsachsen einige Göttinnen aus literarischen Quellen. Eine mögliche Göttin war so Erke, die in einem altenglischen Ackersegen erwähnt wird und die Erde personifiziert. Damit wäre sie recht eindeutig eine weitere Version der germanischen Erdmutter. Doch am Ende ist nicht ganz klar, ob in diesem Zauberspruch wirklich eine Göttin der Erde gemeint war oder einfach nur die Erde an sich bezeichnet werden sollte. Und dann berichtet auch noch der Mönch Beda Venerabilis über Göttinnen der Angelsachsen. Zentral werden von ihm zwei Göttinnen erwähnt. Die eine trägt den Namen Reda und soll mit dem von Beda beschriebenen Monat Heretmonath einen nach ihr benannten Monat im Kalender der Angelsachsen gehabt haben. In diesem Monat, der in etwa dem März entspricht, sollen die Angelsachsen der Göttin Reda geopfert haben. Und die zweite Göttin bei Beda Venerabilis ist dann noch die Göttin Eostre, nach der der Monat Eosturmonath benannt worden sein soll. Weiterhin erklärt Beda aber auch, dass der Name des Osterfestes von diesem Monatsnamen stammt und damit auf Eostre zurückgeht. Indirekt wäre die angelsächsische Göttin Eostre damit die Namensgeberin von Ostern, auch wenn dieses christliche Fest ansonsten nichts mit ihr zu tun hat. Jakob Grimm vermutete dann, basierend auf der Erwähnung von Eostre und dem althochdeutschen Namen für Ostern, Ostarun, dass es auch im restlichen westgermanischen Raum eine Göttin namens Ostara gegeben haben könnte. Diese soll nach Grimms Vermutung eine Göttin der Morgenröte und des Frühlings gewesen sein. Erwähnt wird Eostre aber ebenso wie Reda nur bei Beda und damit sind die Quellen zu diesen beiden Göttinnen sehr dünn. Auch Grimms Interpretation ist damit durchaus zweifelhaft und auch Bedas Beschreibungen nicht wirklich belastbar. Allgemein kann man aber vermuten, dass es zumindest bei den Angelsachsen eine Göttin namens Eostre wirklich gegeben hat. Diese war aber vermutlich weniger eine Göttin speziell der Morgenröte, wie es Grimm vermutet, sondern mehr eine frühlingshafte Fruchtbarkeitsgöttin. Und so bleiben auch Reda und Eostre eher mysteriöse Figuren und Ostara ist eine reine Vermutung von Grimm. Aus dem gesamten germanischen Raum finden sich nun noch viele weitere Götter und Göttinnen, vor allem wenn man alle Matronennamen betrachten würde. Ein Video allein kann hier natürlich nicht alle auf einmal abdecken, aber es sollte euch dennoch gut aufzeigen, wie viele lokale Götter es bei den Germanen gab. Götter und Göttinnen, die Orte und Teile der Natur wie Flüsse personifizierten, verschiedene Erdmütter und Stammväter und Stammesgötter, Kriegsgöttinnen und Muttergöttinnen. Neben den im gesamten germanischen Raum verehrten und bekannten großen Gottheiten wie Odin und Thor, dürften vor allem auch diese kleineren, lokalen Gottheiten stets eine wichtige Rolle gespielt haben, was aufzeigt, dass der germanische Glaube lokal durchaus divers und lokal geprägt war. Und auch wenn vermutlich jeder Stamm, Odin, Thor oder Tyr, unter verschiedenen Namen kannten, gab es wohl immer auch lokale Götter, die für spezielle Stämme, Regionen oder sogar für einzelne Familien spezifisch waren. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung in dem Video und eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen,es Mal direkt bei uns zu spät. Auch wenn unsere Zuschauer der NC outfits im Podcast und haben ein Zdiener. Aber diese Götter haben wir auch schon bei uns. Und wir schauen uns beim nächsten Mal. Als nächstes Mal, Vielen Dank.